Mein Name ist Francesca Herr, ich bin zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Demografieberatung. Die Demografieberatung ist ein österreichweites Unternehmensberatungsprogramm und wir haben jetzt gerade mit Origin Media zusammen eine vierteilige Webinar-Serie gedreht. Die Zusammenarbeit dabei mit dem Origin Media Team hat sich aus extrem unkompliziert herausgestellt. Ich bin sehr zufrieden eigentlich, es waren immer wieder Inputs auch vom Team dabei und ich bin der Meinung, wir haben gemeinsam eigentlich ein sehr gutes Endprodukt fabriziert. Für die Produktion habe ich mir sehr viele Produktionsstudios in Wien und Umgebung angeschaut, mit sehr vielen auch telefoniert und dabei hat sich einfach Origin Media herauskristallisiert, auch zu Beginn einfach mit einer sehr unkomplizierten Gesprächskultur und im Endeffekt war es dann auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Webinar-Reihe hat mich selber eigentlich sehr überrascht, es ist das erste Mal, dass ich so etwas durchgeführt habe und es war unglaublich entspannte Atmosphäre auch im Studio und ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima. Und ich habe mich dann doch jedes Mal immer wieder gefreut, das nächste Webinar aufnehmen zu können.